Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 275. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und das ist eine Folge, über die ich mich super freue. Und wenn du wissen möchtest, wie du die Energie von diesem kraftvollen Jahr, von diesem 2024 wirklich für dich nutzen kannst, dann lass mich dich an die Hand nehmen. Lass uns gemeinsam durch die nächsten Minuten gehen, denn ich bin sicher, ich kann sehr viel Licht und sehr viel Erhellung reinbringen und ganz, ganz viel mit dir teilen darüber, wie du dieses Jahr nutzen kannst. Heute ist ein besonderer Tag, denn vielleicht weißt du das von mir, vielleicht auch gar nicht, aber ich bin sehr, sehr interessiert an Human Design und lerne seit vielen Jahren viel darüber. Ich unterrichte auch Human Design für die Studenten, die bei mir die Jahresausbildung gemacht haben und abgeschlossen haben. Die dürfen bei mir, wenn sie Lust haben, eine Human Design Ausbildung machen, in der ich das Human Design und die Medialität verbinde, weil das meiner Meinung nach etwas ist, was unheimlich viel Potenzial in sich trägt und was wirklich sehr, sehr kraftvoll ist. Und aus der Sicht von Human Design ist heute eben ein sehr besonderer Tag, denn heute beginnt aus Human Design Sicht das neue Jahr. Es ist so, dass die Sonne im Human Design durch 64 Tore wandert und jedes dieser Tore quasi aktiviert. Und heute wandert die Sonne ins Tor 41 und mit dem Tor 41 beginnt eben das neue Jahr, das Rave-Jahr, nennen wir das im Human Design. Und es gibt dazu eine wissenschaftliche Erklärung, da geht es um die Aminosäuren. Aber ich will da gar nicht reintauchen, sondern ich will einfach mit dir die Gründe teilen, warum ich Lust habe, heute mit dir nochmal so die Energien des Jahres anzugucken. Denn wenn wir das eben im Human Design angucken, dann ist es so, dass zwischen Ende Dezember, also zwischen so dem 31. Dezember und jetzt so gegen Ende Januar zu, also gegen heute zu, geht die Sonne durch Tore. Da geht es eher um den Abschluss, um das Loslassen und nicht unbedingt um Tore, die mit Neuanfang zu tun haben. Und darum kann es eben sein, dass wenn du sagst, hey, ich nehme mir große Dinge vor für das neue Jahr und starte am 1. Januar mit irgendetwas, dann kann es eben sein, dass du das nicht kannst, weil die Energie einfach gar nicht vorhanden ist, um etwas Neues zu starten. Aber jetzt mit dem Neuanfang, mit der Sonne, mit dem Übertritt der Sonne ins Tor 41 ist eben diese Neuanfang-Energie vorhanden. Und darum ist es mir ein Anliegen, mit dir heute nochmal diese Energien des Jahres mit dir zu teilen. Denn dieses Jahr hat es energetisch einfach in sich. Wir haben eine interessante Kombination aus einem numerologischen Achterjahr, einem chinesischen Holztrachejahr und einem westlich-astrologischen Sonnenjahr. Lass mich das so ein bisschen auseinandernehmen. Wenn wir 2024 zusammenrechnen, also die 2 und die 0 und nochmal eine 2 und eine 4, dann bekommen wir eine 8. Und das bedeutet, dass astrologisch gesprochen das Jahr ein Achterjahr ist. Und natürlich hat das Achterjahr eine ganz, ganz starke Bedeutung. Die 8 ist eine Zahl, die mit sehr, sehr viel Energie mitkommt, die eine ganz, ganz grosse Energie hat. Und wenn ich an die Zahl 8 denke, dann ist das Erste, was mir dazu einfällt, das Unendlichkeitszeichen, das Infinity-Symbol. Also die liegende 8, die diese zwei Blütenblätter ausmacht. Und so steht eben die Energie der 8 auch ganz, ganz gerne für eine Ausgleichsenergie, also für die Energie des Ausgleichs und die Energie der 8. Also das 8. Jahr bringt ganz, ganz starke und intensive spirituelle Entwicklung mit sich. Das heisst, du wirst dieses Jahr mit Themen konfrontiert werden, die dich dabei unterstützen, deine spirituelle Entwicklung voranzubekommen und auch natürlich irgendwo Karma abzuarbeiten. Denn die 8 steht eben auch für karmische Einflüsse. Das steht eben auch für deine Geschichte. Das kann sein, dass du nochmal mit Ahnenthemen konfrontiert bist und diese Ahnenthemen jetzt auflösen darfst. Es kann sein, dass du merkst, dass du in irgendeiner Situation oder in einer Beziehung gefangen bist oder nicht unbedingt gefangen, aber darin, bei der du plötzlich merkst, oh, da ist eine karmische Verbindung vorhanden. Ich bin mit diesem Menschen auf diese Art verbunden wegen einer karmischen Verbindung. Oder ich bin mit diesem Job oder mit diesem Haus aufgrund von einer karmischen Verbindung verbandelt. Und ein 8. Jahr kann das ganz, ganz stark zeigen, denn diese Energie der 8, die will sich spirituell weiterentwickeln. Die will eben wirklich in die Entwicklung gehen. Und das Interessante daran ist, dass wenn du mit der 8. Energie, also wenn du dich mit dieser 8. Energie verbindest, dann ist es auf der einen Seite eine super erfolgreiche Energie, eine Energie, die mit sehr, sehr viel, ja, Fülle auch einhergeht, mit ganz viel Erfolg einhergeht. Es ist aber eben eine Energie, die ganz, ganz stark ins Thema Eigenverantwortung geht. Das heißt, es geht darum, dass du wirklich in die Selbstverantwortung kommst, dass du wirklich die Verantwortung für dich betrachtest und den Fokus auch auf dich richtest und dahin gehst, wo du in deinem Leben Verantwortung übernimmst und trägst und wo du in deinem Leben sagst, da gucke ich jetzt mal lieber nicht hin oder da will ich jetzt irgendwie gar nicht so genau hingucken und bin gar nicht so genau interessiert daran. Gleichzeitig haben wir aber eben mit dieser 8. Energie auch so diesen, ich habe es vorhin so ein bisschen angesprochen, diesen finanziellen Erfolg oder auch die Fülle. Und da steckt eben auch ganz viel Begeisterung für die Individualität dahinter. Und da ist für mich auch immer so ein bisschen dieses Unternehmentum drin. Also die Lust darauf, deinen eigenen Weg zu gehen und wirklich deine Individualität zu leben. Und dieses Unternehmertum, diese Freude, dieses Eigene ist etwas, was ich auch stark spüren kann. Und das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass du ein Startup aus dem Boden stampfen musst, das mega Erfolg hat, sondern es könnte sein, dass du sagst, hey, ich bin schon seit vielen Jahren mit dem Gedanken am Spielen, mich auf irgendeine Art selbstständig zu machen. Sei das jetzt auf eine große oder auch auf eine kleine Art. Und jetzt ist einfach die Energie vorhanden, um genau das anzugehen. Denn die 8 bringt eben diese Selbstverantwortung mit sich und sie bringt eben auch so diese bewussten Entscheidungen mit sich und so die Fähigkeit, den Fokus auch auf diese Entwicklung zu legen. Denn es geht wirklich darum, diesen Fokus auf diese Entwicklung zu legen und diese Bereitschaft zu haben, zu sagen, ich übernehme die volle Verantwortung für mich und für mein Leben und für meine Entwicklung und eben auch für mein Karma. Kombiniert wird dann diese 8er Energie und das beginnt ab Anfang Februar, ich glaube so um den 10. Februar rum, mit dem Jahr des Holzdrachens. Und der Drache, also das Jahr der Drachen, das kommt alle zwölf Jahre vor im chinesischen Horoskop und dann gibt es im chinesischen Horoskop die verschiedenen Elemente und dabei eben auch das Element Holz. Und jetzt starten wir in das Jahr des Holzdrachens. Und natürlich ist das Jahr des Holzdrachens von Holz geprägt, aber wofür steht denn Holz? Holz steht zum Beispiel für Wachstum, es steht auch für Bieksamkeit, also für Beweglichkeit auch und Flexibilität. Und es ist aber auch eine sehr innovative Energie. Also der Drache, der mit dem Holz in Verbindung ist, bringt sehr viel Innovation, er bringt sehr viel sehr starke Veränderung mit sich. Und in der chinesischen Astrologie, im chinesischen Glauben, ist der Drache eines der glücklichsten Symbole, die es gibt. Es ist sehr mächtig und es ist sehr glücklich und oft ist es so, dass im Jahr der Drachen ganz viele Kinder zur Welt kommen, weil viele Menschen mit diesem Hintergrund ihren Kindern gerne so ein glückliches Leben gönnen möchten und eben dafür sorgen, dass ihre Babys kleine Drachen sind und dann eben machtvolle Wesen sind und glückliche Wesen sind. Und der Drache, der Holzdrache, der bringt eben diese dynamische Energie mit sich. Also es hat, ich meine, wenn du dich mit diesem Jahr verbindest, dann spürst du diese Dynamik, du spürst dieses Feuer des Drachens. Und ich fand es eben auch so spannend, weil das Anfang Monat im Channeling so stark rausgekommen ist. Und dann auch in der Zusammenfassung vom Channeling hast du gemerkt, wie viel Energie dieses Jahr mit sich bringt. Und das Jahr hat ja noch kaum angefangen. Und trotzdem haben wir eben diese wirkliche starke, kraftvolle Verbindung, diese kraftvolle Voran-Energie, diese innovative Energie, auch irgendwo ein bisschen das Gefühl von Ungeduld und von es soll jetzt aber vorangehen. Und aber ganz, ganz spannend ist bei der Energie des Holzes und des Drachens auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Also das Holz kann sich auch anpassen. Und wenn du dir mal ein bisschen einen Baum vorstellst, also wenn du vor deinem geistigen Auge dich mal so ein bisschen mit Holz verbindest, dann wirst du merken, das stimmt. Es gibt Bäume, die wachsen wirklich sehr interessant. Die wachsen zum Beispiel um Steine herum oder aus Steinen heraus. Es gibt Bäume, die müssen irgendwie aus irgendeinem Grund quasi ein Loch machen und um etwas herum wachsen. Das hast du ganz bestimmt schon gesehen. Diese wirklich interessanten Bäume, die dann einfach eben sagen, naja, ich wachse trotzdem, ich passe mich einfach an die Umstände an. Oder du weißt, dass ich Schweizerin bin bei uns. Wenn wir in den Alpen in die Höhe gehen, dann wachsen die Bäume sehr, sehr schräg am Berg entlang beziehungsweise eben gerade in die Luft raus, also gerade zum Licht hoch. Aber in Bezug auf den Boden ist es dann ein sehr starker Winkel. Und auch da passen sich die Bäume an die Umgebung an, an die Gegebenheiten. Und genauso haben wir es natürlich mit den unterschiedlichen Baumarten, die sich an die Gegebenheiten anpassen. Und so ist eben Holz etwas sehr Flexibles, etwas sehr anpassungsfähig, etwas, was sich auch biegen lässt. Und da sehe ich eine Weide vor mir, die sich eben biegen lässt, die sich eben an den Wind anpasst und nicht bricht, sondern nur sich hingibt und dann wieder aufsteht. Und wenn du jetzt das mit dieser Energie der Innovation und des Vorangehen und des Drachens auch verbindest, dann wirst du merken, dass dieses Jahr von dir viel Energie fordern darf und auch wird, dass das Jahr mit dir gemeinsam Vergangenheit angucken will, aber ganz sicher auch die Zukunft. Und dass das Jahr aber auch mit sich bringt, dass du dich manchmal vielleicht ein wenig beugen musst, aber dass du auf keinen Fall verbrichst an dem, was da auf dich zukommt, sondern dass du unterschiedliche Perspektiven einnehmen kannst. Und dann haben wir ja eben die Energie des Drachens dabei. Mit anderen Worten, wir haben eben diese wirklich kraftvolle Drachenenergie, die dann, wenn es wirklich zu viel werden würde, also wenn jetzt deine Biegsamkeit quasi überdehnt wird oder überspannt wird, dann haben wir eben dann doch den Drachen, der mit seinem Feuer auch einfach Hindernisse aus dem Weg räumen kann. Und auch das sind für mich ganz klare und ganz hilfreiche Informationen, wie du diese Energie für dich nutzen kannst. Und einfach, dass ich es schon mal gesagt habe, ich habe am Ende dieser Podcast Folge fünf Tipps für dich vorbereitet, wie du diese Energie besonders gut für dich nutzen kannst. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Wenn wir beim Holzdrachen bleiben und den noch ein bisschen genauer angucken, dann ist der Holzdrache auch etwas, was sehr stark für Wachstum steht. Etwas, was für Transformation steht. Was fürs Loslasten von Altem steht. Und du siehst, das ist so eine sehr starke Energie des Jahres. Loslasten von Altem, das Erkennen von dem, wo es hingehen darf. Dem Selbstausdruck und was sehr, sehr stark ist, ist auch Kreativität. Also der Drache bringt mit sich eine sehr starke Kreativität. Das Holz bringt mit sich eine starke Kreativität. Und da kommt der dritte Aspekt mit rein. Die Sonne bringt ganz, ganz viel Kreativität mit sich. Denn neben dem Achterjahr und dem Holzdrachejahr ist dieses Jahr ein Sonnenjahr. Astrologisch gesprochen, und wir reden jetzt über die westliche Astrologie, hat jedes Jahr einen Jahresherrscher. Und im Moment sind wir noch im Marsjahr. Das heißt, der Mars ist im Moment noch unser Jahresherrscher. Der dauert noch bis Ende März. Wenn dann die Sonne vom Fische in den Widder geht, dann beginnt ein Sonnenjahr. Das heißt, wir werden für ein Jahr die Sonne als Herrscher von dem Jahr bekommen. Und die Sonne bringt natürlich sehr, sehr viel Licht. Die Sonne steht für das Selbst, für die Persönlichkeit und für deinen ganz individuellen Ausdruck. Und da geht es dann wirklich darum, dein authentisches Selbst zu zeigen und dich wirklich mit deiner eigenen Lebensfreude und deiner Lebenskraft zu verbinden. Denn die Sonne steht natürlich auch für das Feuer. Also wir haben eben dieses Feuer nicht nur vom Drachen, sondern wir haben es auch von der Sonne. Und die Sonne steht für ein wunderbares Feuer und für persönliche Wachstumsmöglichkeiten, für Selbstentfaltung. Die Sonne bringt sehr, sehr kraftvolle Energie mit sich. Und wenn wir das jetzt so ein bisschen kombinieren wollen, dann wirst du merken, dass es ganz stark darum geht, die Führung in deinem eigenen Leben zu übernehmen, dein Selbstvertrauen, deinen selbsten Wert auch zu stärken und ganz klar den Fokus auf deine eigene Ziel, auf deine Weiterentwicklung zu legen. Und ich habe für dich ein paar Tipps zusammengetragen und wenn ich richtig zähle, sind es fünf Tipps. Wie du dieses Jahr ganz bewusst und sehr kraftvoll für dich nutzen kannst. Mein erster Tipp ist folgender. Nutze diese wunderbare energetische Unterstützung der Achterenergie, also das numerologische Acht, was wir jetzt im Moment geschenkt bekommen haben, für eine ganz bewusste Selbstführung. Das heißt, du setzt dir ganz klare Ziele und du bist proaktiv darin, diese Ziele zu erreichen. Das bedeutet für dich, dass du wirklich die Verantwortung übernehmen musst für alle deine Entscheidungen. Und das machst du eigentlich sowieso, nur manchmal sind wir sehr geschickt darin, uns einzureden, dass wir das nicht tun. Das Jahr Acht, das numerologische Jahr der Acht, ist ein Jahr, das super erfolgsversprechend ist, aber dieser Erfolg wird dir natürlich nicht einfach in die Schoß fallen, sondern du musst etwas dafür tun. Und in dem Moment, wo du entschlossen bist, wo du sehr fokussiert bist, wo du klare Ziele vor Augen hast, in dem Moment wirst du sehr, sehr viel Erfolg in dein Leben ziehen können. Wenn wir die Energie des Holzdrachens mit dazu nehmen, dann ist mein zweiter Tipp für dich, entfalte deine Kreativität und lass sie aufblühen. Sei kreativ, sei entschlossen, das Innerste irgendwie darzustellen. Und das kann auf jede Art und Weise sein. Wenn ich von Kreativität rede, dann meinen viele Menschen, ich meine Malen. Das meine ich nicht. Man kann kreativ tanzen, man kann kreativ kochen, man kann kreativ Musik machen, man kann kreativ spazieren gehen. Kreativität ist eine Lebensentscheidung. Nimm die Kreativität, die der Drache dir bringt, in Kombination mit der Flexibilität, die das Holz dir bringt. Und verbinde dich auch mit diesem Drachen, verbinde dich mit dieser Drachenenergie. Sei offen für Innovation, für kreative Lösungen, für alles, was sich dir da neu zeigt und sei bereit, dich anzupassen, wenn die Umstände das von dir verlangen. Und denke immer daran, dass die Drachenenergie eine super kraftvolle Energie ist, die dir die Probleme aus dem Weg schaffen kann, wenn es nötig ist. Also nutze diese Drachenenergie auch, verbinde dich mit diesem Drachen und lass dir helfen dabei, Hindernisse einfach zu verbrennen. Der dritte Tipp, den ich mit dir teilen möchte, ist, das strahlende, großartige innere Feuer zeigen zu lassen. Und das hat so ein bisschen mit Selbstbewusstsein zu tun und mit der Bereitschaft, deine Lebensfreude, dein Feuer zu zeigen. Ich sage ganz, ganz häufig, lasse dein Licht hell leuchten. Und ich finde, genau diese Aussage, lasse dein Licht hell leuchten, passt perfekt für 2024. Denn dabei kannst du dein Selbstbewusstsein wirklich stärken und du kannst strahlen wie eine Sonne. Sei dabei sehr kraftvoll und sehr bewusst. Du führst dein Leben. Du bist die Kapitänin, der Kapitän in deinem Lebensboot. Also sei auch dieser Kapitän. Übernimm die Führung in deinem Leben. Sei sehr bewusst und sei positiv und sehr, sehr klar. Und denke daran, dein Licht jeden Tag ein wenig heller leuchten zu lassen. Denke daran, deinem Licht Raum zu geben, strahlend zu sein, die beste Version von dir selbst zu sein. Wenn wir alle drei Aspekte kombinieren, dann ist mein vierter Tipp, setze dir klare und naja, so bin ich halt auch ambitionierte, ehrgeizige Ziele. Du hast die Fähigkeit, in diesem Jahr richtig viel zu erreichen. Warum nicht losgehen und genau das tun? Warum nicht sagen, weißt du was, dieses Jahr bietet mir so viele Möglichkeiten, ich packe mit beiden Händen zu und nutze diese Möglichkeiten. Denn wir haben die Achterenergie, wir haben eine Energie, die sowieso erfolgsversprechend ist. Nutze diese Energie, kombiniere sie mit der wunderbaren, innovativen und kreativen Energie des Drachenjahres und mit der großartigen Ausstrahlung des Sonnenjahres. Je mehr Fokus du hast, je kraftvoller und je klarer du bist, umso mehr wirst du dieses Jahr erreichen. Und mein fünfter Tipp für dich ist, ich lache schon bevor ich darüber rede, die Balance. Selbstfürsorge sollte ganz, ganz oben stehen in deinem Plan für dein Leben. Wir haben ein Jahr, das unheimlich viel Kraft mit sich bringt. Es bringt so viele Möglichkeiten zur Transformation. Es bringt so viele Möglichkeiten, dein Leben zu verändern, deinem Leben einen positiven Aspekt, einen Anstrich zu geben, der dir passt, dein Leben ins Leuchten zu bringen und in den Erfolg zu führen. Das schaffst du aber nur, wenn du auch auf dich selbst guckst und wenn du mir gut zuhörst, dann weißt du wahrscheinlich, dass Balance nicht unbedingt mein Lieblingswort ist und dass ich auch nicht sehr, sehr gut darin bin, zu balancieren. Für mich ist es manchmal viel einfacher zu arbeiten, weil das, was ich mache, mache ich so gerne, dass ich vergesse, nicht zu arbeiten. Und ich habe das sehr bewusst in meinem Leben einfließen lassen, diese bewussten Zeiten, in denen ich mich um mich kümmere. Ein Besuch in der Sauna ist für mich etwas, was ich super gerne mache im Winter, eine Massage, praktisch alles, was mit Wellness zu tun hat, aber auch Freunde treffen, bewusst weggehen, bewusst Computer und Handy zu Hause lassen und nicht zu arbeiten, bewusst einen tollen Roman zu lesen. Ich backe sehr gerne, bewusst irgendetwas backen, was mich Stunden in der Küche hält, damit ich mich wirklich darum kümmere und eben nicht an die Arbeit denke. Das sind für mich Möglichkeiten, entspannen, Möglichkeiten zu regenerieren, Möglichkeiten der Selbstfürsorge und das will ich dir einfach mit auf den Weg geben. Vielleicht hast du ganz, ganz tolle Tipps der Selbstfürsorge, die du teilen möchtest, dann teile sie unbedingt in den Kommentaren mit mir. Ich lese so gerne darüber und das eine oder andere setze ich dann auch jeweils um. Aber mit diesen fünf Tipps möchte ich diese Podcast Folge gerne beenden und einfach nochmal dir ans Herz legen, nutze diese kraftvolle Energie, die da ist und die nur noch darauf wartet, dass du sie mit beiden Händen packst und für dich wirklich umsetzt. Und damit beende ich für heute den Sehnschimmer Herzensdialog, die Gespräche mit Marisa. Alles Liebe!